Weil ich möchte den Raab nämlich hier auch gar nicht heilig sprechen, nein, 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 ich bin jemand, obwohl ich ihn sehr mag, ich habe ihn als Entertainer sehr gefeiert, aber ich kann auch Kritik walten lassen und das nicht zu knapp. Wenn man jetzt so denkt, wie Raab sich wirklich über Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, hinweg über RTL lustig gemacht hat, wie er wirklich jedes Mal davon gesprochen hat, liebe Damen und Herren, falls euch das jetzt zu hoch war, dann bitte ich euch zur RTL rüber zu schalten und so weiter. Diese ewigen Witze gegen RTL und jetzt ist er einfach bei RTL unter Vertrag, wo man so denkt, yo. Und zwar kommen wir jetzt nochmal zum Stefan-Raab-Thema. Ja, es sind nämlich jetzt neue Informationen aufgetaucht. Ihr wisst, wir haben erst letzte Sendung darüber gesprochen und jetzt gibt es wieder konkretere Hinweise und ich denke mal, jetzt könnte es sich nicht wieder oder nicht nur um Spekulationen handeln. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt schon etwas, ich sage mal, Solideres in den Händen haben, womit wir jetzt auf jeden Fall arbeiten können. Wir haben jetzt ein Fundament geschaffen, da möchte ich nämlich auch nochmal drauf eingehen und zwar auch das hier ist übrigens heute gepostet worden von Kino.de und zwar das hier. Stefan-Raab soll RTL-Angriff auf TV-Total planen, klare Kriegserklärung. So ist die Überschrift, bis hierhin nichts Neues für uns. Das haben wir auch schon in dem TV-Spielfilm-Artikel gelesen, aber jetzt wird es tatsächlich konkreter. Ich hatte mir den Artikel nämlich schon durchgelesen, ich habe ihn jetzt gemakert. Wir lesen uns jetzt mal nur die gemakerten Sachen durch, weil die die neuen Informationen sind. Und zwar, genau das könnte er auch an anderer Front anstreben, denn wie Bild berichtet, soll Stefan Raab an einem weiteren TV-Highlight basteln. Nach deren Informationen arbeitet der Fernsehprofi an einem neuen Format für RTL. Nur kurz bis hierhin, also an einem neuen Format der Fernsehprofi. Vielleicht sollte der Raab seine neue Show ja so nennen, der Fernsehprofi. Ja, auf jeden Fall gut. Also neues Format auf RTL und jetzt heißt es weiter. Dieses soll schon am 18. September 2024, also wenige Tage nach dem Boxkampf, vier um genau zu sein, erstmals ausgestrahlt werden. Ja, das hat mich tatsächlich heute auch überrascht. Das war auf jeden Fall mal eine News, die sich gewaschen hatte, wo ich gedacht habe, okay, das kommt jetzt aber sehr plötzlich das Ganze. Also am 18. September soll das Ganze schon loslegen für alle Leute, falls ihr euch fragt, was für ein Tag ist. Das ist ein Mittwoch übrigens. Und da soll quasi die neue Show von Stefan Raab auf RTL ausgestrahlt werden. Denn weiter heißt es auch, nicht zu irgendeiner Zeit wohlgemerkt, sondern zur begehrten Primetime um 20.15 Uhr. Ein klares Zeichen, was sich RTL von der mysteriösen Sendung erhofft. Ja, und wie wir es ja auch schon bei TV-Spielfilm mitbekommen haben, soll es ja um eine Art Nachfolger gehen. Also dass Raab einen Nachfolger sucht, wenn den Oliver Pocher mit seiner Aussage recht hatte, weil darauf stützt sich ja auch die Bild-Zeitung. Und auch TV-Spielfilm hat ja auch darauf aufmerksam gemacht. Ja, also bis jetzt soll es wohl so sein, dass Raab dann auch schon relativ schnell am Start ist. Jetzt ist natürlich die Frage, die Frage stellt sich natürlich jetzt, bevor wir weiterlesen, ist er wieder nur Produzent der Show oder steht er wirklich vor der Kamera? Weil das wissen wir ja hier jetzt auf jeden Fall noch nicht. Weil es kann ja sein, wenn da steht, am 18. September geht es schon los, dass er dann nur der Produzent der ganzen Sendung ist. Und die Frage, die sich dann natürlich auch stellt, ist das Ganze voraufgezeichnet? Haben die die Sendung schon aufgezeichnet? Ist die Sendung möglicherweise sogar live? Das wissen wir ja jetzt hier alles noch gar nicht. Aber ich sage ja, ich kann mir schwer vorstellen, dass er nur diesen Boxkampf da absolviert und danach einfach wieder in der Versenkung verschwindet und quasi im Hintergrund arbeitet. Also dafür glaube ich nicht, dass er diesen ganzen Aufwand hinter sich bringt. Weil er soll wohl auch laut Informationen, auch von Regina Halmich aus erster Hand, soll der Raab tatsächlich viel trainieren. Und es ginge ihm gesundheitlich ausgezeichnet, so hat sie es gesagt in einem Interview, dass er wohl wirklich dabei ist, das Ganze ernst zu nehmen. Und ich glaube nicht, dass der nur für einen Kampf dann nochmal in Erscheinung tritt und danach ist der einfach weg. Ich meine, welch eine Verschwendung für den Körper, man will ihn dann ja auch präsentieren. Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass er da jetzt uns voll überraschen wird, dass er jetzt durchtrainiert ist, wie sonst was. Aber wir sind mal gespannt. Wir wissen, was Raab für ein Freak ist. Wenn der Raab sich einmal was in den Kopf setzt, dann kann er durchaus über sich hinaus wachsen. Aktuell hat er ja keine Sendung, so nenne ich es jetzt mal. Also er ist ja jetzt nicht täglich an TV Total gebunden oder viermal die Woche. Das heißt, er hatte ja jetzt auch wohl Zeit und konnte demnach gut trainieren. Mal schauen, wie Raab dann am Ende des Tages aussieht. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, was der Raab noch aus seinem schon in die Jahre gekommenen Körper rausholt. Jetzt machen wir weiter und zwar mit neuer RTL-Show Stefan greift sein eigenes Baby an. Es wird allerdings tatsächlich noch brisant laut Bild, will Raab einen Show-Erben suchen, um die Nachfolge seiner einstigen Hitformats TV Total neu zu verteilen. Das darf wohl durchaus als Misstrauensvotum gegen Sebastian Puffpuff verstanden werden. Der Kabarettist übernahm 2021 die Moderation von TV Total, nachdem die Late-Night-Show nach dem Abgang von Raab sechs Jahre lang pausiert hatte. Damals hatte Puffpuff noch Raabs Segen, der im Hintergrund bis 2023 an der Sendung mitwirkte. Mal kurz bis hierhin, bevor ich weiterlese. Ja, man muss ja wirklich ganz offen und ehrlich sagen, Respekt an Sebastian Puffpuff. Also ich habe ja gesagt, der macht keine 50 Sendungen, dann ist er wieder weg. Und man muss wirklich ehrlich gesagt sagen, er ist immer noch da. Es ist jetzt mittlerweile drei Jahre und Sebastian Puffpuff macht das wirklich immer noch. Also großen Respekt. Ich habe ja gesagt, der wird direkt wieder weg sein. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Einschaltquoten von dem Mann gut sind. Aber gut, Respekt. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich kann mir das einfach nicht angucken. Es tut mir leid. Nichts gegen Sebastian Puffpuff. Der mag ja vielleicht ein toller Mensch sein oder sonst irgendwas. Aber ich kann es mir einfach nicht anschauen. Ich kann mir kein TV Total mit Sebastian Puffpuff anschauen, weil es einfach falsch ist. Und es hat mit... Guck mal so, Raab hat TV Total geprägt. Raab war derjenige, der TV Total ins Leben gerufen hat. Warum soll ich mir TV Total mit Sebastian Puffpuff angucken? Das ist einfach nicht richtig. Und somit kann ich stolz hier an der Stelle sagen, dass ich bis heute nicht eine Sendung mit Sebastian Puffpuff gesehen habe. Nur mal so Highlights, die man am Rande mal so gesehen hat. Die ich ehrlich gesagt nicht wirklich toll fand. Und das ist ja nur meine Meinung. Das ist nur mein Geschmack. Ihr müsst meine Meinung ja nicht vertreten. Also ich mag es einfach nicht, weil ich es einfach falsch finde. Aber ich weiß nicht. TV Total war immer Stefan Raab und TV Total wird für mich auch immer Stefan Raab bleiben. Egal wie gut möglicherweise Sebastian Puffpuff ist. Er hätte eine ganz andere Sendung machen sollen, aber so. Ich kann es bis heute nicht verstehen, wie man TV Total bis heute so da durchziehen konnte. Aber gut, ist nur mein Geschmack. Das Tischtuch zwischen beiden soll nach Meinungsverschiedenheiten angeblich jedoch zerschnitten sein, weswegen Raab jetzt ein Konkurrenzprogramm bei RTL aufbauen wollte. Ich möchte hier nochmal eine Sache an der Stelle sagen, was mir ganz wichtig ist. Ich persönlich finde ja, das hat einen sehr faden Beigeschmack. Weil ich möchte den Raab nämlich hier auch gar nicht heilig sprechen. Nein, nein, nein. Ich bin jemand, obwohl ich ihn sehr mag. Ich habe ihn als Entertainer sehr gefeiert. Aber ich kann auch Kritik walten lassen und das nicht zu knapp. Wenn man jetzt so denkt, wie Raab sich wirklich über Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, hinweg über RTL lustig gemacht hat. Wie er wirklich jedes Mal davon gesprochen hat. Liebe Damen und Herren, falls euch das jetzt zu hoch war, dann bitte ich euch zur RTL rüber zu schalten und so weiter. Diese ewigen Witze gegen RTL und jetzt ist er einfach bei RTL unter Vertrag, wo man so denkt, yo, das ist ein bisschen kurios. Da finde ich, dass Raab schon hätte sich einen anderen Sender suchen sollen. Aber wen will man dann noch suchen? Sat.1 oder was? Sat.1 hat ja kein Geld. Also von daher, was willst du bei Sat.1? Aber das ist schon so, wo ich ganz ehrlich sage, dass Raab da schon, naja, sich ein bisschen widerspricht. Aber gut, wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Ein namentlich nicht genannte Produktions-Insider zitierte Bild mit den folgenden drastischen Worten. Jetzt gucken wir mal. Das, was Stefan jetzt macht, ist eine klare Kriegserklärung. Nicht nur zwischen Raab und seinem Nachfolger, sondern zwischen den Sendern. Stefan greift sein eigenes Baby an. Das habe bereits für TV Total personelle Konsequenzen. Die Band Heavy Tones, die seit 2001 die musikalische Begleitung von TV Total übernimmt und dies auch bei der Neuauflage unter PuffPuff tut, soll intern bereits ihren Abschied verkündet haben. Ihr nächstes Projekt, Raabs neue Show auf RTL. Also die Heavy Tones kommen hier wohl mit. Ja, also die werden auch jetzt rübergenommen und bleiben tatsächlich nicht bei TV Total. Das ist schon richtig krass, muss man schon ehrlich gesagt sagen. Ja, dass Raab dann einfach die Band dort abzieht. Ja, das ist schon krass. Aber da muss man auch sagen, Raab scheint wirklich ein relativ, was heißt relativ? Er ist ein loyaler Mensch, oder? Dass er jetzt hingeht und sagt, ja, die Band hätte ich gerne, mit denen arbeite ich schon seit Ewigkeiten zusammen. Muss man schon sagen. Das sieht man, dass Raab tatsächlich auch an die Leute von damals denkt und die versucht dann alle rüber zu holen. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil die Band ist ja auch so ein Aushängeschild immer gewesen von seinen ganzen Shows. Weil was wäre TV Total ohne diese Band gewesen? Das muss man auch mal ehrlich gesagt an der Stelle sagen. Die haben die Show auch getragen, definitiv. Einfach mit ihrer musikalischen Untermalung. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Band, muss man schon sagen. Das kann man hier nur immer wieder sagen. Aber hier steht nochmal, Raabs neue Show auf RTL. Es steht nichts davon, dass Raab es auch moderiert. Ich hoffe, Raab wird das Ganze moderieren. Weiter heißt es, eine Sprecherin des Senders selbst wollte sich auf Bildanfrage nicht zu all dem äußern. Wir dürfen also gespannt sein, was uns im September erwartet. Den Boxkampf Raab-Halmich werdet ihr dann bei RTL und bei RTL Plus live streamen können, wo euch jetzt schon etliche TV-Highlights erwarten. Ja, wo man jetzt nur noch ein bisschen Werbung macht. So, ja, da möchte ich auf jeden Fall nochmal eine Sache sagen. Ich hoffe, dass Raab vor die Kamera geht, weil wenn das irgendjemand anderes moderieren würde, weiß ich nicht, ob RTL dann diese Quoten halten könnte. Weil sie müssen ja irgendwie damit Werbung machen. Sie müssen ja das Ganze irgendwie mal langsam ankündigen. Es soll ja wohl so sein, dass an dem Abend, wo Raab gegen Regina Halmich kämpft, an dem Samstag, soll wohl dann auch Werbung gemacht werden für die neue Show von Stefan Raab. Weil er will es dann wohl nach dem Kampf ankündigen, nachdem er dann mit Regina Halmich dort geboxt hat. Und da soll er es wohl ankündigen, dass es jetzt am Mittwoch schon soweit ist und es da eine neue Show gibt. So, die Gerüchte jedenfalls. Ich hoffe, er steht wieder vor der Kamera. Wenn er wieder hinter der Kamera sitzt, ja, dann weiß ich halt ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich finde das ehrlich gesagt etwas, ja, einfach nicht mehr zeitgemäß, ehrlich gesagt. Ja, also wenn Raab dann sich meint, jetzt nur von seinem Namen die Show tragen zu können, nur weil er im Hintergrund irgendwo mit agiert, dass die Leute dann sagen, ja, wir schalten trotzdem ein, weil der Raab produziert das Ganze. Ja, man hat ja in den letzten Jahren gesehen, dass das eben nicht der Fall ist. Die Leute wollen Stefan Raab vor der Kamera sehen. Ich hoffe, dass Raab es auch jetzt endlich begriffen hat, ja, dass er sich jetzt bitte mal davon trennen soll, dass er nur, weil er im Hintergrund irgendwas produziert hat, dass alles irgendwie so ein Erfolgsgarant ist. Nein, es ist nicht so, ja. Er muss vor der Kamera stehen. Die Leute wollen ihn sehen und ich hoffe, dass es jetzt mal bei ihm klick gemacht hat, ja. Sollte es so sein, um noch ein paar letzte Worte hier zur neuen Show zu finden, dann bin ich wirklich mal gespannt, was das ganze Showkonzept denn jetzt sein soll. Also angeblich soll er einen Nachfolger suchen. Dann frage ich mich aber ehrlich gesagt, warum sich dann die Band von TV Total, auch jetzt vom neuen TV Total noch aktuell, abziehen lässt, nur für ein paar Shows. Das glaube ich nämlich nicht, weil das ist nämlich jetzt eigentlich auch wieder ein gutes Indiz dafür, dass es sich vielleicht nicht nur um eine Nachfolgershow handelt. Ah ja, okay, doch, wenn man den Nachfolger gefunden hat, dann könnte ja rein theoretisch die Heavy Tones da trotzdem weitermachen. Aber ich glaube, da bin ich ganz ehrlich, das wäre mir tatsächlich zu risikoreich, wenn ich jetzt ein Bandmitglied der Heavy Tones wäre. Wenn mir dann Raab sagt, ja, ich suche hier einen Nachfolger und angenommen nach 10 Shows, ich denke mal 10, 12 Shows maximal, ist dann ein Nachfolger gefunden und dann will RTL mit der Show an den Start gehen und dann ist Raab wieder weg, sitzt dann wieder im Hintergrund und dann trägt sich die Show einfach nicht. Die Einstaltquoten sinken, ja, und die Band ist dann wieder arbeitslos nach einer Zeit, weil RTL dann einfach die Show einstellt. Also das wäre mir dann schon zu risikoreich. Da muss mehr hinterstecken, als wir alle wissen. Ja, deswegen, ich bin wirklich mal gespannt, allzu lange dauert es ja nicht mehr. Oh, Dumme, das ist doch alles unwichtig. Du musst doch über RKI-Protokolle berichten und so weiter. Ja, ich weiß auch jetzt schon wieder, da das in den Kommentaren jetzt zu finden ist, ich habe nämlich extra bis jetzt gewartet, ich weiß jetzt schon im Video, wird wieder stehen unten in den Kommentaren. Ja, Raab ist Jesuit, also dem darf man nicht trauen. Ja, dann ist er von mir aus Jesuit, er war auf dem Jesuiteninternat, mag alles sein, ja. Aber ich habe es schon des Öfteren gesagt, ich möchte nicht jeden Tag über irgendwelche Weltuntergänge reden. Ich möchte auch einfach nur mal über etwas sprechen, wo ich einfach mal Bock drauf habe. Ihr seid ja nicht gezwungen, die Videos zu gucken. Wenn ihr schon am Titel seht, es dreht sich um Stefan Raab, dann schaltet bitte gar nicht erst ein. Ja, und dann könnt ihr ja wieder, wenn es um die Weltuntergangsthemen geht, dann könnt ihr ja da bitte wieder einschalten. Bitte lasst mich auch einfach mal machen. Ja, und nicht, dass ich mich da in so ein Gefängnis sperren lassen will. Das möchte ich nämlich hier abschließend auch nochmal sagen. Ja, weil ich möchte mehr machen, als einfach immer nur über dieses Elend der Welt zu reden, weil es mir ehrlich gesagt irgendwann einfach nur noch zum Hals raushängt. Und ich hoffe, dass ihr das da draußen verstehen könnt. Das habe ich jetzt hier nochmal abschließend gesagt. Dann sind wir jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Mal schauen, ob das Comeback von Stefan Raab glückt. Ich bin skeptisch, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß, ich will hier eigentlich gar keine schlechte Stimmung erzeugen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Raab, ich sag jetzt mal, wirklich einfach nur seine Nachfolger sucht, dass das irgendwie großartig ein TV-Hit wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und dazu sollte er, sollte es sich als Falschinformationen rausstellen, dass er wirklich mit einer neuen Show zurückkommt, in einer Late-Night-Show, sagen wir mal so, dann hoffe ich, dass Raab sich wirklich dann auch nicht auf die rote Linie begibt, so nenne ich das jetzt mal, dass er dann anfängt zu gendern oder sonst irgendwas, sondern dass er dann wirklich auch mal das nötige Kontraprodukt in dem Moment ist und dass er dann nicht einfach die angepasste Mainstream-Puppe ist, weil das wäre tatsächlich dann auch der Untergang von Stefan Raab, weil der alte Raab hätte sich so niemals verkauft. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir alle überrascht werden und dass das nicht am Ende einfach nur so ein hingerotzter Treat ist und am Ende fällt das alles in sich zusammen. Und spätestens dann irgendwann im März 2025 ist alles wieder zu Ende. Raab verschwindet wieder hinter den Kulissen, das hat alles wieder nicht gepasst. Ich hoffe, wie gesagt, dass das alles irgendwie schon läuft. Das dazu. Jetzt seid ihr da draußen wieder gefragt, jetzt könnt ihr mir ja eure Kommentare unten reinhauen, ja, eure Meinungen natürlich. Was glaubt ihr, wird da am Ende des Tages kommen? Oder vielleicht wird Raab wirklich nur den Boxkampf, weil den Boxkampf macht er ja, das ist ja bestätigt, ja, also die ganzen Tickets sind schon längst ausverkauft, das wäre ja hören verbrannt, wenn er dann sagen würde, ja, übrigens, ich kämpfe gar nicht selber, das wäre ja Quatsch. Also, den Boxkampf gibt es, vielleicht macht er nur den Boxkampf und ist danach weg. Ihr könnt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentarfunktion posten. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.